Hallo zusammen, heute geht es um Balance Sensitive, speziell entwickelt für schmerzempfindlich und wie die Erfahrung zeigte, sind die meisten Menschen, die Verspannung und Rückenschmerzen haben. Balance Sensitive ist weiß, wunderschön pure white und vor allem, diese Bälle sind spürbar sanfter, das kommt wunderbar allen Menschen, die Verspannung haben und Schmerzen entgegen. Die Nadia hilft mir, das noch einmal zu zeigen, wo genau liegen die Bälle, wenn man mit denen übt. Dreht dich bitte um. Also wir spezialisieren uns mit Balance auf der Brustwirbelsäule. Hier aus der Brustwirbelsäule heraus können wir bis zu 3 cm Streckung der gesamten Wirbelsäule erreichen. Das heißt, mehr Länge in der Wirbelsäule, weniger Druck, weniger Schmerzen. Die einfachste Version ist, wenn der kleine Ball hier liegt und der große am Kopf, am Schädel und dann liegt man in Rückenlage am Boden. Oder die zweitleichteste Version ist, man liegt auf beiden Bällen, dann liegen die hier am Schulterblatt. Man kann einfach liegen, man kann ganz sanftes Rollen der Wirbelsäule entlang durchführen. Die Feder sorgt dafür, dass die Ballkörper sich an die Form der Wirbelsäule anpassen und jede Wirbelsäule weltweit ist individuell. Es gibt keine, die gleich ist wie die andere. Wenn man nach ein paar Wochen weniger auch Verspannung und Schmerzen hat, kann man alleine nur mit dem großen Ball üben. Auch hier einfaches Liegen auf dem Ball oder sanftes Rollen entlang der Wirbelsäule.